Eine häufige Forderung von links, wenn die Übel der kapitalistischen Wirklichkeit angeprangert werden sollen, ist die nach der aktuell nicht gegebenen Chancengleichheit im Bildungswesen. Worauf dann eindrucksvolle statistische Daten darüber kommen, wie viel häufiger Bürgerkitzes aufs Gymnasium und an die Uni schaffen als Arbeiterinnenkinder und wie viel schlechter zweiterer aus kulturellem Ressortiment auch bei ähnlich guten schulischen Leistungen benotet werden. Nun mag man das meinetwegen agitatorisch mal erwähnen, um zu zeigen, wie inkonsequent, wie ungerecht der bürgerliche Staat, die bürgerliche Gesellschaft ihren eigenen Maßstäben nach selbst sind. Aber ein sinnvolles politisches Ziel kann ich in der Herstellung von Chancengleichheit nur bedingt sehen. Gleichheit der Chancen, zu was wird denn da eigentlich gefordert? Nun, in einer bürgerlichen Klassengesellschaft wird Bildung und insbesondere höhere formale Bildung von staatlichen Institutionen nicht vermittelt, um die Leute geistig zu emanzipieren, sondern um ihnen die notwendigen praktischen Fähigkeiten zur Ausübung der von Kapital gerade nachgefragten Lohnarbeiten zu vermitteln. Zweitens, um sie in den geisteswissenschaftlichen Fächern in die Staatsideologie einzuführen. Und drittens, um in der höheren Bildung sie in den Habitus zu gewöhnen, der in der herrschenden Klasse und unter ihren höheren Funktionärinnen erwartet wird. Das spricht nicht gegen Schulbildung an sich, in der neben Ideologie ja auch jede Menge vermittelt wird, was wirklich zur geistigen Emanzipation der Massen beiträgt. Man kann kaum zu einem klaren politischen Bewusstsein gelangen, zu einem halbwegs richtigen Verständnis der einen umgebenden Welt, wenn man nicht lesen, schreiben und wenigstens ein bisschen Grundwissen aus Geschichte, Literatur, Philosophie und Naturwissenschaften lernt. Aber einen höheren formalen Bildungsabschluss setzt das nicht notwendig voraus. Den braucht man für etwas ganz anderes, nämlich um eine Führungsposition der bürgerlichen Gesellschaft in Verwaltung, Erziehungswesen, Medien, Kulturen, freier Wirtschaft zu gelangen. Das heißt, um mindestens in kleinbürgerliche Regionen vorstoßender Funktionär zu werden oder mit viel Glück sogar selbst einmal richtiger Kapitalist. Die akademische Laufbahn ist der Mindesteintrittspreis, um leitender Funktionär des Kapitals oder des bürgerlichen Staatsapparates werden zu können. Nun wäre es ultralinkes Sektierertum, deswegen Aufsteigerinnen aus Proletariat und Subproletariat anzufeinden. Natürlich suchen Menschen sich den Weg, der ihnen unter den bestehenden Verhältnissen das angenehmste Leben ermöglicht. Und natürlich ist es möglich, dass solche ins Bürgertum oder zumindest seinen Dunstkreis aufsteigende Leute sich im politischen Ernstfall solidarisch mit ihrer früheren oder auch noch aktuellen Klasse verhalten. Durch die Ausweitung akademischer Abschlüsse bedeutet ein Sollte ja oft nur noch den Aufstieg von einer tieferen zu einer höheren Schicht innerhalb des Proletariats. Nur, das ist eben eine Sache individuellen Vorankommens im Leben. Verständlich, nachvollziehbar, aber kein unbedingt erkämpfenswertes politisches Ziel. Wenn ich mich auf einem sinkenden Schiff befinde, auf dem 1000, als dem es 1000 Passagierinnen aber nur 100 Plätze im Rettungsboot gibt, dann ist es für mich persönlich natürlich sehr nützlich, irgendwelche besonderen Skills zur Erlangen eines Platzes erworben zu haben. Und es wäre dumm, mich dafür zu tadeln, dass ich versuche, dem Enttrinken zu entgehen. Aber es kann nicht vernünftigerweise ein allgemeines gesellschaftliches Ziel sein, dafür zu sorgen, dass ausgerechnet ich entkomme und dafür ein anderer Passagier ertrinkt statt umgekehrt. Welches Zehntel der Passagierin überleben soll, ist in diesem Moment eine Frage des individuellen Wohlergehens und keine gesellschaftliche Problematik. Die gesellschaftliche Problematik besteht darin, dass überhaupt Schiffe mit zu wenigen Plätzen im Rettungsboot in Dienst genommen werden, sodass es zu solchen Situationen überhaupt kommen kann. Ähnlich verhält es sich mit dem sogenannten Bildungsaufstieg. Für das individuelle Proleten- oder Subproletenkind ist es natürlich eine höchst bedeutsame Frage, wie es unter den bestehenden Verhältnissen zu einem persönlich angenehmen Leben kommen kann. Und da führt der erfolgversprechendste Weg eben über die akademische Ausbildung, durch die man realistische Chancen hat, wenigstens mal zum Kleinbürger aufsteigen zu können. Aber das ist ein individuelles Problem und kein für Kommunistinnen sinnvolles politisches Anliegen. Denn auch vollkommen ausgebildete Chancengleichheit führt ja nicht dazu, dass es den Menschen in einer Gesellschaft insgesamt besser geht, sondern nur dazu, dass statt des X dann eben der Y den Aufstieg in eine leitende Position schafft und der X auf der Strecke bleibt. Die in einem bürgerlich-kapitalistischen Staat zu vergebenen Führungsposten oder auch nur angenehme, gut bezahlte Stellen im Management der Wirtschaft sind begrenzt und werden nicht plötzlich viel mehr, weil es mehr Akademikerinnen gibt. Höhere formale Bildungsabschlüsse sind nur dann ein Vorteil, wenn die Mehrheit der Konkurrentinnen diese nicht besitzt. In dem Moment, in dem alle Akademikerinnen sind, bedeutet ein akademischer Abschluss auch kein Vorteil mehr im Konkurrenzkampf um die zu vergebenen guten Stellen. Schön zu sehen ist es in den mediterranen Krisenstaaten, wo die Akademikerinnenquoten in den letzten 10 bis 20 Jahren zwar massiv angestiegen sind, die Wirtschaftslage sich aber stark verdüstert hat. Dort führen die höheren Akademikerinnenquoten nicht dazu, dass der Lebensstandard insgesamt besser wird, sondern nur dazu, dass, überspitzt gesagt, irgendwann eben ein Masterabschluss als Mindestvoraussetzung verlangt wird, um für Mindestlohn losputzen zu dürfen. Und auch in einem ökonomisch immer noch stabileren Land wie Deutschland ändert der Anstieg akademischer Laufbahnen nichts am stagnierenden oder sogar sinkenden durchschnittlichen Lebensstandard, sondern erhöht lediglich permanent die formalen Voraussetzungen, die für jeden Scheißjob zunehmend als Minimum verlangt werden. Chancengleichheit hebt ihre Wirkung selbst auf, sobald sie verwirklicht ist. Und ein höherer Bildungsabschluss hat für das Individuum keinerlei Nutzen mehr, sobald er zum Normalfall geworden ist. Alle Rezepte zur Verbesserung seiner Lebenschancen durch Bildungsaufstieg funktionieren nur, solange diese Chancen nur von einer Minderheit umgesetzt werden. Wer glaubt, mehr Bildung für alle sei die Lösung der sozioökonomischen Probleme in einer kapitalistischen Gesellschaft, der hat gar nicht verstanden, nach welchen Regeln eine solche Gesellschaft funktioniert. Kurz, wenn dem Arbeiterinnenkind XY der Bildungsaufstieg und dadurch ein halbwegs angenehmes Leben gelingt, dann ist das schön und erfreulich für den XY und dieser darf ja auch nicht zu tadeln. Aber ein politisches Anliegen, für das ich kämpfen würde, ist es nun einmal nicht, dass der XY statt des YZ den Aufstieg schafft. Ich will eine Gesellschaft, in der man gar keine Chancen nutzen muss, um ein menschenwürdiges Leben führen zu können, sondern in der ohnehin jeder Mensch einen selbstverständlichen Anspruch auf ein solches besitzt und in der man sich höhere Bildung nicht aneignet, weil man ansonsten wie Dreck behandelt wird, sondern für ihre intellektuelle und persönliche Entfaltung. Das kapitalistische System und der bürgerliche Staat werden durch individuellen Aufstieg nicht destabilisiert. Im Gegenteil. Ein System, in dessen Führungsschichten, dass es eine gewisse personelle Fluktuation gibt, ist sogar stabiler und lebensfähiger als eines mit ganz starrer Kastenbildung. Wird in diesem doch immer die Ideologie ziehen, dass man es durch Leistung sowieso nach oben schaffen kann und die Gescheiterten irgendwie selbst schuld sein, weil sie ihre vorhandenen Chancen eben nicht genutzt hätten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017